MIA Medical Information Analytics präsentiert den MIA-Coder. Eine speziell für Krankenhäuser entwickelte, individuell anpassbare Software, die ihre Codierfachkräfte entlastet, den Erlös ihres Hauses sichert und Behandlungen in Echtzeit analysiert. Der MIA-Coder ist ein automatisiertes Codiersystem, das Daten aus unterschiedlichsten Quellen sammelt, interpretiert und übersichtlich abbildet. Einfach und schnell an jedes KISS anzubinden, sorgt die Kombination aus künstlicher Intelligenz und menschlicher Expertise für fehlerfreie Datenanalyse und garantiert Erlös sowie Qualitätssicherheit. In der täglichen Arbeit unterstützt der MIA-Coder, indem er fallbegleitend Codiervorschläge zu abbrechenbaren Leistungen macht. Durch den zertifizierten MIA-Grouper können die Fallpauschalen live und mit vollständigen Informationen ermittelt und codiert werden. Codes werden farblich markiert, sodass alle erbrachten Leistungen vollständig angezeigt werden. Durch die Annotationsfunktion entsteht eine lückenlose Dokumentation der Codierung gegenüber dem medizinischen Dienst. Dank der KI lernt der MIA-Coder kontinuierlich, um ihre Codierfachkräfte bestmöglich zu unterstützen und auch die besonders nutzerfreundliche Oberfläche ist kein Zufall. MIA ist der einzige Softwareanbieter mit einem eigenen Codier- und Medizincontroller-Team, das für die stetige Verbesserung von Analysen und Anwendungen sorgt und Sie bei der fachlichen Einführung des Systems begleitet. Der MIA-Coder verbessert nachhaltig Ihre Codierung, entlastet Ihre MitarbeiterInnen und stellt Ihr Krankenhaus zukunftssicher auf. Vereinbaren Sie jetzt einen persönlichen Termin oder rufen Sie uns an. Der MIA-Coder von MIA Medical Information Analytics